Heute geht es um niemand geringeren als um den zweitbesten Freund des Menschen, die Katze. Wir verraten euch, warum ihr euch unbedingt eine Katze zulegen solltet. Los geht's! Nummer 6. Frauen lieben Katzen. Wenn du ein erstes Date mit einer Frau hast, dann kann dir eine Katze auf jeden Fall helfen, deinen Schwarm um den Finger zu wickeln. Klar, deine Münzammlung ist bestimmt voll cool, wirklich, aber Frauen stehen einfach mehr auf Katzen. Am besten schaut auf dem Date zusammen einen Film und auf einmal kommt die Katze vorbei und möchte geschmust werden. Ihr streichelt beide die Katze, eure Hände berühren sich und schwupp seid ihr in einer Beziehung. Alles dank einer süßen, kleinen Miezekatze. Viel Spaß mit diesem Lifehack. Weiter geht's mit der Nummer 5. Katzen streicheln macht gesund. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Langzeitstudien, die genau das herausgefunden haben. Besonders, wenn ihr von einem harten Arbeitstag nach Hause kommt. Ihr seid total gestresst und möchtet euch entspannen. Was kann euch jetzt nur helfen? Richtig, eine Katze. Das Streicheln der Katze reduziert sofort euer Stresslevel. Der Körper schüttet außerdem Endorphine, also Glückshormone aus. Das hat übrigens den angenehmen Nebeneffekt, dass sich euer Immunsystem auch noch stärkt. Forscher empfehlen täglich 10 Minuten Katzen streicheln. Ich bin da mal eben ne Katze gehoffen. Weiter geht's mit der Nummer 4. Noch ein guter Grund für eine Katze. Abwechslung. Mit einer Katze am Hals wird so schnell nicht langweilig. Klar, ein routinierter Alltag hat seine Vorzüge, aber etwas Spannung kann ja wohl jeder Mensch mal vertragen. Und da kommt eine Katze oder ein Kater genau richtig. Wie jeder bereits in diversen Katzenvideos erkennen konnte, sind Katzen einfach immer für einen Streich zu haben. Man wird zwar immer mal wieder von seiner Katze geprankt, aber am Ende sind sie einfach so süß, dass man ihnen einfach nicht lange böse sein kann. Und wir machen weiter mit der Nummer 3 und noch einer Studie. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Katzenhalter schneller Kontakte knüpfen. Das Halten von Katzen hat dabei vor allem einen ganz praktischen Effekt. Katzen liefern einfach super Gesprächsstoff. Außerdem haben verschiedene Tierhalter direkt eine Gemeinsamkeit, über die sie zusammen quatschen können. Schon im Laden, wenn man mal wieder neues Katzenfutter kaufen muss, kommt man schnell mit anderen Katzenfreunden ins Gespräch. Weiter geht's mit der Nummer 2. Du hast Lust auf Internet-Fame? Dann brauchst du eine Katze. Denn jeder liebt Katzenvideos. Wenn es im Internet eine Konstante gibt, dann sind das Katzenvideos. Einfach schnell die Handykamera herausgezückt, wenn die kleine Mietzimmer wieder irgendwas anstellt und schon fliegen dir die Klicks und Likes ins Haus. Perfekt also für jeden Facebook-Post und jede Instagram-Story. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Katzen haben so einige Vorteile gegenüber Hunden. Mit einem Hund musst du jeden Tag Gassi gehen, egal ob du Lust hast oder nicht. Außerdem musst du deinem Hund draußen die ganze Zeit mit einer Plastiktüte hinterherlaufen. Keine besonders ästhetische Aufgabe. Mit einer Katze hast du solche Probleme nicht. Ich sag nur eins. Katzenklo. Und da sind wir auch schon wieder am Ende. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein anderes cooles Video anschauen. Ansonsten war's das für heute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.